Servus Leute, ich wünsche euch ein gutes neues Jahr. Das letzte Jahr war für viele von uns nicht so einfach. Lange durften wir nicht ins Stadion gehen, es gab viele Beschränkungen. Aber ich hoffe trotzdem, dass ich euch viel gutes Content geben könnte, um eure Skills zu verbessern, um euch andere Tipps zu geben. Dieses Video ist dagegen für das nicht ganz so gute Content oder das lustigere Content, die Outtakes. Ich und meine Spieler arbeiten immer sehr hart, geben Vollgas, aber nicht alles klappt. Und ich bin der Meinung, man muss auch über sich selbst mal lachen können. Wenn man es zu ernst nimmt, wird man auch nicht weit kommen. Also Vollgas geben, hart arbeiten, aber lacht einfach mal, wenn es nicht so klappt. Viel Spaß beim Zuschauen. Marcells Hockey School, The Outtakes 2021. Nr. Das war's für heute. Musik Musik Mischief Musik 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 Oh no! Oh no! Nein! Oh no! Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, der erste Kapitän heute. Ja, der erste Kapitän ist natürlich auch Marcel. Ich hab den Weg aufgenommen. Das ist ein bisschen beängstigend. Oh mein Gott! Wir sollen ihn vielleicht rauslassen. Irgendwie. Das ist nicht so gut. Oh mein Gott! So wie Torero. Und die Tür aufmachen. Oh, der ist kleiner. Der andere hat Angst angejagt. Er hat geschissen. Wahrscheinlich würde er auch scheissen. Mach mal. Er kriegt die Kurve nicht. Oh mein Gott! 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 Ganz wichtig! Wir werden diesen Vogel fangen. Wir machen jetzt das fliegende Fall. durch den Kabinett ein. Bullen Crusade! Aufsitzen! Bitte? Aufsitzen! Hast du einen Schlüssel? Nein! Ja, schön. Jetzt habe ich dir die Tarassen gezogen. Bernd, du hast meine Schläge ausführlich analysiert auf dem Eis. Da passt noch nicht mal ein Puck durch. Du musst das Loch größer machen, damit du hier durchschießen kannst. Hast du meine Dangles aufs Eis gesehen heute bei der U709? Katastrophe. Jeder Puck schupfte über die Kelle. Du, Sonntag, 8 Uhr, bei mir im Hof, dann zeig ich dir das wie das geht. Oh, ich wusste nicht, dass du nötig bist. Wie war dein Rückhandel? Was war das? Dein Rückhandel. Du willst etwas? Ich habe das Video in Englisch gemacht. Okay. Wir werden sehen, wie es yours ist. Und das Beste kommt immer zum Schluss. Es wäre kein Marcel's Hockey School Outtakes Video ohne die Outtakes von Julia Zorn und Yvonne Rodermund. Zwei Top-Spielerinnen. Wir arbeiten immer hart, haben immer viel Spaß und verarschen uns auch mittlerweile. Oft gegenseitig. Und somit entstanden im Frühjahr das Bibi und Tina, alias Ivi und Julia Lied. Und jetzt gibt es auch ein kleines Musik Video dazu. Viel Spaß beim Zuschauen und wir sehen uns bald wieder. See you later. Schläge, Tepen, Tasche packen, Bilder, vergisst nichts zu tanken, in die kalte Halle rein. Wer kann das wohl sein? Das sind Yvi und Julia auf dem Eis in die Arena. Sie laufen geschwind. Dann fallen sie hin. Nationalspielerin, Nationalspielerin. Und sag, ich mag die Hüfte breit. Für Yvi ist es eine Schwierigkeit. Hex, Hex! Wieso geht das nicht? Komm, Yvi, ich zeig dir! Super, Juli! Auf geht's! Schüsse üben, kein Muschsemmel. Dengels auf dem nächsten Level. Powerscaling für die Beine. Jene kennt die Beine. Das sind Ivi und Julia auf dem Eis mit Marcel Juhas. Sie laufen geschwind. Fallen jetzt nicht mehr hin. Weil wir Freunde sind. Weil wir Freunde sind. Steig. Sie laufen schief.